So, so laut. Also, Monitore sind gut. Könnt ihr mich hören? Jetzt gibt es einen Talent... Nein, es gibt keinen Talentwettbewerb. Es gab Talentwettbewerbe. Und aus diesen Talentwettbewerben heraus gab es dann Talente, die es verdient haben, hier auf der Bühne zu stehen und ihr Talent zu repräsentieren, zu präsentieren, zu performen, zu zeigen. Und ihr dürft jetzt dieses Talent sehen und dürft es nicht mehr bewerten, wurde mir gesagt. Ja? Denn diese Talente haben schon gewonnen und das ist jetzt sozusagen ihre große Bühne, auf der sie sich präsentieren können. Und dann nehmen sie eine andere Garage mit nach Hause. Wir fangen mit der Geige an, hä? Ja? So, meine Damen und Herren, wir haben etwas ganz Besonderes. Es ist ja eigentlich eine Tanzbühne und deswegen ist es etwas ganz Besonderes, weil mal etwas anderes kommt. Und es ist auch sehr, sehr interessant. Lasst es auf euch einrieseln. Nein, lasst euch berieseln. Nutzt es, um eure Sinne zu inspirieren. Jetzt kommt Mr. Vanpick. Right? Vanpick. Ladies and gentlemen, gib mal einen fetten Applaus für Vanpick, den Gewinner des Gemeinschaftshaus Langwasser-Nachwuchs-Battles des Stadtteils Langwassers mit seiner... Ist das eine Geige oder Violine oder was ist das? Ja, okay, Entschuldigung. Ich Idiot. So, Vanpick. Text, alles klar? Bist du bereit? Hast du schon mal so vor so vielen Leuten gespielt? Ja, ne, ist nix für dich. Let's go! Alleluia! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020